so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play project cars hier auf dem YouTube-Kanal Sklarenfire Tiger ich packe wieder die Schaltung an die Seite denn wir fahren wieder die WMD Euro Crack Day Trophy fahren wieder mit dem BBC Mono stimmt das ich glaube sind wir in Island Booten Park machen wir da schon mal B.A.B.A.C nicht B.B.C vor uns ein Porsche ich glaube hier sind wir mit dem Ketterheim gefahren aber die andere version der Strecke die jetzt unten abgesperrt war ja Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 jetzt fängt es wieder an naja klar wäre ja auch zu schön ohne lüge fünfter also noch 1 2 3 4 1 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich finde es natürlich auch echt geil zu viel, als wir einen Drogman fahren. Strahlende Sonnenschein. In letzter Zeit fahren wir nur noch Autos die ich mag. Der BMW war mega geil. Das lässt sich hier super gut fahren. Das war nicht die Gebäude. Das war nicht die Gebäude. Der ist drei Sekunden vor der Drogman. Spannende Sonnenschein. Das war nicht die Gebäude. Das war's für heute. Hey, Kollege. Ja, sie hat noch mal da rüber. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal.